Hey Leute, ich bin's. Bevor es losgeht, habe ich eine kleine Herausforderung für euch. Und zwar die Glocke Aktivieren Challenge. Dafür müsst ihr einfach die Glocke aktivieren, die neben dem Abozeichen ist. Einfach mal auf die kleine Glocke drücken und aktivieren. Dafür habt ihr genau 5 Sekunden Zeit. Mal sehen, wie viele von euch es schaffen. Ab jetzt. So, wir werden das mal später auswerten bei uns im Detektiv-Team. Mal schauen, wie viel es geschafft haben. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Video. Hey Leute, herzlich willkommen bei Pandido. Seid ihr bereit, einen kleinen Kriminalfall zu lösen? Denn wir haben heute für euch 3 Geschichten von Playmobil Detektive. Und zwar hintereinander. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Aha, das ist also das gefürchtete Gruselhaus der alten Hexe. Und Malte, bist du bereit, dem Mysterium auf den Grund zu gehen? Ja klar, ist doch nur ein gruseliges Haus, mir nicht. Tja, aber ein Gruselhaus mit einer gruseligen Vorgeschichte. In dem soll schließlich eine alte Hexe gelebt haben, die Menschen gefressen hat. Ich wette, da hat noch niemals jemand drin gewohnt. Das ist einfach nur eine Baracke. Das erzählen einfach nur die großen Jungs, damit wir Angst kriegen. Hm, wenn du meinst, aber man hört ja nachts ein Heulen. Und Leute, die um Mitternacht ins Haus gegangen sind, sind nie wieder aufgetaucht. Ach, das Heulen hat bestimmt eine ganz logische Erklärung. Und dass hier Menschen verschwunden sind, glaube ich auch nicht. Vielleicht sind die einfach nur weggezogen. Hm, ja, mag sein. Und wenn es für alles eine logische Erklärung gibt, dann schlage ich vor, wir gehen da rein und untersuchen die Sache. Wir sind schließlich die Playmo Detektive. Oder hast du etwa Angst? Ich und Angst träumen weiter. Ja, okay, na dann. Los geht's. Oh Mann, ist ja ganz schön kark hier drin. Ja, kannst du laut sagen. Hast du das gehört, Malte? Hm, was denn? Ist doch alles in Ordnung. Ah, Malte, was ist jetzt los? Ich würde sagen, so wie es aussieht, ist die Tür zugefallen. Hast du zufällig deine Taschenlampe dabei? Ja, ja, warte. Ich muss sie kurz suchen. Wo habe ich sie denn? Ah, ich habe sie, ich habe sie. Gut, dann beeil dich. Mach sie an. Hm, ja doch, Momentchen. Puh, puh, gut, so ist besser. Okay, gut, dann lass uns doch mal umschauen. Ah! Los, raus hier, folge mir, Malte. Ist gut, ich bin direkt hinter dir. Ah! Ah! Oh, okay. Das sollte weit genug sein, oder Malte? Malte, Malte? 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 Malte, wo bist du? Malte! Oh mein Gott, ich habe Malte verloren. Nein! Der muss wohl noch in der Nähe der Hütte sein. Okay, ich gehe zurück. Hm, da er ja nicht hinter mir war durch diese Tür, muss er wohl den Hinterangang genommen haben. Okay, dann schauen wir doch mal. Malte, 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 hey, bist du noch da drin? Malte, bist du hier irgendwo? Malte! Hm, ich glaube irgendwie nicht, dass er noch hier ist. Und da die Tür offen ist, muss er wohl rausgerannt sein. Nur wohin ist die Frage? Oh, Nanu, was ist denn das? Aha, das sind ja Kartoffelchips. Und zwar, Malte ist Lieblingssorte, wie ich sehe. Haha, ich habe es. Die muss er für mich ausgelegt haben, damit ich ihm folgen kann. Hat er bestimmt von Hänsel und Gretel. Na gut, dann werde ich das auch mal tun. Ich komme, Kumpel, halt durch. Okay, wenn ich der Chips-Spur folge, sollte ich ihn auf jeden Fall finden. Außer, irgendwann Hunger bekommen keine mehr ausgelegte. Wie lange denn noch? Huch, was ist denn hier los? Oh nein, nein, die Tiere haben die Chips gefressen. Oh, wie soll ich ihn jetzt finden? Los, weg mit euch. Tschü, tschü, weg, weg. Na prima, das war es jetzt mit der Spur. Was mache ich denn jetzt? Wie soll ich ihn noch finden? Huch, Nanu, was war denn das? Oh, die Taschenlampe. Hm, dass er damit wohl auf sich hat. Hm, das ist definitiv Maltes Taschenlampe. Ja, genau, hier hat er ja seinen Namen reingeritzt. Okay, das heißt wohl, er wird in diese Richtung weitergegangen sein. Ich beeile mich lieber. Wie, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Wo bin ich hier überhaupt? Äh, Malte, kannst du mich hören? Nee, er scheint da nicht zu sein. Na gut. Da muss ich jetzt nach richtigen Spuren suchen. Zum Glück habe ich immer Papas Lupe dabei. Damit sollte es klappen. Ich finde ich schon, Kumpel, keine Sorge. Der erste Detektiv gibt nie auf. Aha, diese abgelatschten Sohlen, das können nur Maltes sein. Gut, ich bin dicht dran. Wow. Aha, Malte, da bist du ja endlich. Ah, Tim, war dir auch Zeit, dass du endlich kommst. Hast du meine Chips-Spuren nicht gefunden? Oh, Malte, na endlich. Doch, doch, habe ich. Aber Eichhörnchen haben die Chips aufgegessen. Doch, habe ich ein bisschen länger gebraucht. Ich musste Spuren lesen. Ah, verstehe. Zum Glück habe ich die Taschendampe noch hingelegt, hm? Ja, ist richtig, es war gut. Ohne die hätte ich wahrscheinlich auch deine ausgelatschten Schuhe-Auflucke nicht finden können. Aber als ausgewiesener Detektiv hätte ich die so oder so gefunden. Oh, vielleicht hätte es ein bisschen länger gedauert. Apropos Detektiv. Schau mal hinter dich. Hm, was ist das? Das ist wohl eine alte, verlassene Jagdhütte. Ich schätze mal, da drin liegt Zentimeter dicker Staub. Ich glaube, da war ewig keiner mehr drin. Das wäre doch ideal für uns, oder? Hm, ideal für was? Na, warte. Lass uns mal reingehen. Wow, wie cool. Aha, sage ich doch. Dieser Unterschlupf wäre doch perfekt für unsere neue Detektivagentur. Detektivagentur. Oh yeah, das ist eine super Idee. Gut gemacht, Malte. Okay, vom heutigen Tage an ist das hier unsere persönliche Geheimzentrale. Unsere Detektivagentur. Aha. Auf uns, Detektive. Der neue Porsche Targa. Jetzt auch Mittelzeitsheizung. Wow, cool. So ein Teil will ich später auch mal fahren. Nicht so eine Klapperkisse wie Papa hat. Oh, Betty, was ist denn los? Ach ja, ich muss ja noch mit dir rausgehen. Na gut, Betty. Dann wollen wir mal. Komm, ich leine dich eben an. Gut, fertig. Papa, ich gehe nochmal mit Betty raus. Ja, ist gut. Aber pass auf, es ist schon dunkel draußen. Ja, mach ich. Alles klar, Betty. Los geht's. Ah, Betty, nicht so schnell, nicht so schnell. Bisschen langsamer. Hui, huu. Betty, Betty, nun zieh doch nicht so. Betty, stopp mal. Wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause, okay? Hui, Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz ruhig, Betty, ganz ruhig. Schön stehen bleiben. Na nun, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was, mich denn hingezogen? Hui, wie es aussieht, sind wir ganz schön tief im Wald. Wir sollten langsam umkehren, sonst finden wir den Weg nachher nicht mehr. Ha, was? Was war das? Oh, das war nur eine Eule. Hä? Was leuchtet denn da? Ähm. Hä? Wie, was, was? Ähm. Siehst du das auch, Betty? So, jetzt nur noch ein bisschen Salz und Pfeffer und dann sind meine Eier fertig. Papa, 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 Papa. Hä, was ist denn los? Papa, Papa, ich war gerade im Wald und da war ein Alien, es leuchtet, ich hab's ganz genau gesehen. Und es hat gerufen so etwas wie, hilf mir. Immer mit der Ruhe, Sohne, Mann, ich hab dich ja kaum verstanden. Bleib erstmal ruhig, atme tief, ein und aus. So, ist gut. Jetzt erzähl doch mal ganz langsam. So, also, ich war mit Betty im Wald spazieren und auf einmal kam uns so irgendwas leuchtendes entgegen und es sah aus wie ein Alien, wirklich. Und es hat gerufen mit so einer hohen Stimme, hilf mir. Ja, ehrlich. Was sagst du, eine leuchtende Gestalt? Hm, es war schon dunkel, vielleicht hat dir dein Hirn ein Schnippchen geschlagen. Es war bestimmt nur ein Glühwürmchen. Mach dir keine Sorgen. Nein, 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 Papa, nix Glühwürmchen. Das war was Großes, Leuchtendes und Gruseliges. Ich hab mir das nicht eingebildet. Sogar Betty hatte Angst. Siehst du, Papa? Hm, wenn sogar Betty Angst hatte, ist da vielleicht sogar was dran. Na gut, ich mach dir einen Vorschlag. Wir gehen raus und schauen uns das nochmal gemeinsam an. Na, mach's gut, Spiegelei. Okay, also, wo ist jetzt dein sogenanntes Alien? Es war genau dort, dort auf der Lichtung. Schau nur, Papa, schau nur, ich glaub, da kommt es. Hilf mir, hilf mir. Na, da lust mich doch einer, der Affe. Das ist auf jeden Fall nicht mehr unser Gebiet hier. Ja, das sollten sich Experten angucken. Oh je, oh je. Ich ruf mal sofort die Polizei an. Ja, ja, Polizei, oh ja, Playmo City, was gibt's? Schönen guten Tag, Herr Achim-Einhaber. Ich bin ja gerade mit meinem Sohn im Playmo-Wald und wir sehen hier eine nicht zu identifizierende Person. Sie leuchtet. Können Sie sich das bitte anschauen? Ja, alles klar. Ich schick's vor dem Formal, das Katja meint, in der Nähe. Warten wir dort. So, da wär ich. So, keine Sorge, Sohnemann. Polizei ist schon da. Ja, schönen guten Abend. Ich soll hier irgendwas überprüfen. Ja, schönen guten Abend. Das passt ja super. Sie waren ja schnell. Genau, Sie haben angerufen. Wegen einer unbekannten Lebensform hab ich das richtig verstanden. Ja, ja, ganz recht. Es war eine leuchtende Gestalt. Die hat irgendwie mit hoher, flüsterner Stimme geredet. Eine leuchtende Gestalt? Na gut, mal sehen. Hilf mir. Hilf mir. Ach, du dinges Ei, weißt du das? Also, dieser Weitere ist dieser Wald gesperrt verstanden. Gut, alles klar, Officer. Du hast ihn gehört, Pascal. Die Polizei übernimmt das jetzt. Lass uns nach Hause gehen. So, ich geh zurück ins Revier, bestatte Bericht und ich werde mich morgen mit meinen Männern rumkümmern. Also, gute Nacht. Aber, aber Papa, was ist jetzt mit dem, mit dem Ding? Du hast den Officer doch gehört. Darum kümmert sich morgen die Polizei. Wir können hier nichts mehr tun. Und jetzt geht's ab nach Hause. Du musst schließlich ins Bett. Morgen hast du Schule. Ich schwöre euch, das war ein leuchtendes Alien, so wahr ich hier stehe. Was, ein Alien? Quatsch. Mama hat gesagt, Aliens gibt's gar nicht. Aber wenn ich es euch doch sage. Es hatte eine gruselige Stimme und hat gesagt, Hilf mir. So glaubt mir doch. Sogar die Polizei ist gekommen, nachdem mein Papa es auch gesehen hat. Ja, ja. Weißt du noch, letztes Mal zu den Drachen gesehen hast? Hm, ihr werdet schon sehen. Da draußen ist irgendetwas, auch wenn es vielleicht kein Alien ist. Hm, Nanu, was ist denn hier los? Wir hören hier irgendwas von Aliens? Ach, Pascal redet wieder nur Blödsinn. Blödsinn, hm? Denkst du das gleiche, was ich denke, Malte? Aber mit Sicherheit. Pascal, erzähl doch mal, was hast du genau gesehen? Pascal? Ach, ihr seid's. Wollt ihr mich etwa auch auslachen? Aber nein, warum denn? Wir sind an einer Geschichte interessiert. Genau, wir sind doch immerhin die Playmo-Detektive. Wenn es da etwas gibt, können wir diesen Fall vielleicht lösen. Also, erzähl mal. Also, es war so. Ich war am Abend mit Betty spazieren und auf einmal... Oh, der Unterricht geht erstmal weiter. Okay, den Rest erzähl ich euch nach der Schule, okay? Kommt am besten einfach mit zu mir. So, schön, dass ihr es geschafft habt und tapfer genug seid, um der Sache auf den Grund zu gehen. Na klaro, ist doch Ehrensache als Detektiv. Nicht wahr, Malte? Selbstverständlich, Tim. Also, erzähl mal, was genau weißt du alles über dieses Alien? Also, es passierte abends gegen vielleicht acht. Da war es schon dunkel. Aha, und weiter? Ich war dann mit meinem Hund spazieren und war mitten im Wald. Und auf einmal hat es zwischen den Bäumen angefangen zu leuchten. Es hat geleuchtet? Meinst du vielleicht Glühwürmchen oder so? Nein, nein, nein. Keine Glühwürmchen. Es sah aus und war auch so groß wie ein Mensch. Nur hat er eben komplett geglüht. Und er hat mit hoher, schauriger Stimme gerufen... Hilf mir. Tja, Betty und ich hatten dann so eine Panik, dass wir schreiend zurück nach Hause gerannt sind. Aha. Und was ist dann passiert? Tja, ich hab's Papa erzählt und er ist mit mir dann auch nochmal zu der Stelle gegangen. Und? Was hat dein Vater dazu gesagt? Tja, mein Vater hat's auch gesehen und wir haben dann die Polizei eingeschaltet. Dann kam ein freundlicher Polizist und der hat das auch gesehen. Und sie wollten sich dann heute darum kümmern. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja selbst anschauen. Wir müssen nur in den Wald gehen und immer dem Weg folgen bis zur Lichtung. In den Wald da hinten, hm? Na gut, Malte? Wollen wir? Klar doch, Tim. Los, wir schauen uns die Sache mal an. Na dann, los geht's. Detektive Abmarsch. Schau mal, Tim, das muss es sein. Pascal sagte doch, die Polizei will sich das auch heute annehmen. Jaja, und wie es aussieht, haben sie jede Menge Spezialkräfte anrücken lassen. Na los, lass uns ein bisschen näher rangehen. Uuuuh, helf mir. Da ist es, Männer, Waffenladen. Alles klar, Chef. Geladen und entsichert. Nicht, stopp. Hey, Kinder, ihr habt aber nichts zu suchen, der Wald ist gesperrt. Verschwindet wieder. Nein, 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 sie wissen auch noch gar nicht, worum es hier geht. Könnt doch nicht einfach schießen. Genau, wir sind Detektive und wir werden diesen Fall zuerst mal untersuchen. Halt, stopp, Kinder, wartet, bleibt hier, es könnte gefährlich sein. Hilf mir. Ja. So, dann wollen wir nochmal schauen, womit wir es hier zu tun haben. Oh, Nanu, das ist ja ein Mensch. Lass mich einer, der Affe. Männer, Waffen runter. Okay, so. Können Sie uns jetzt mal erklären, was da los ist? Warum machen Sie den Menschen hier Angst? Das war wirklich keine Absicht, ich schwöre. Warum haben Sie denn so komisch geleuchtet? Ja, und so komisch gesprochen. Naja, das war so. Oh, also ich bin ganz normal wie immer durch den Wald gewandert. Ich bin ja Wanderer. Und dann bin ich einen Abhang runtergestürzt und... Dabei hat sich diese fluoreszierende Farbe, die ich immer bei mir trage, über mich ergossen. Deshalb habe ich so geleuchtet. Und dann lag ich da tagelang rum und hatte nichts zu essen. Deshalb habe ich die Kreide gegessen, die ich immer zur Markierung der Bäume dabei habe. Deshalb ist meine Stimme so seltsam. Ach so. Aha, den Fall haben wir ja mal wieder wunderbar gelöst. Nicht wahr, Tim? Genau, Malte. Ein Hoch auf die Playbo-Detektive. Schlag ein. Juhu. Kommt. Lasst uns alle Fußball spielen. Okay. Oh Mann. Wer nicht hält, muss ihn holen. Du hast doch so doof geschossen. Warum muss ich ihn holen? Nimm dich in Acht. Gegen meinen Bienendrachen hast du nicht die geringste Chance. Ach ja? Das wollen wir doch erst mal sehen. Mein Ritter, Sir Lancelot, macht jeden Drachen platt. Hier, nimm dies. Nimm dies. Und das. Und stich. Mann, unfair. Dein Ritter kann gar nicht so scharf stechen wie mein Rubiendrache. Haha, du bist doch nur neidisch auf meinen Lancelot. Okay, ich fahr zuerst. Wünsch mir Glück. Ja. Hals und Beinbruch. Okay, dann los. Wow. Super gemacht. Aber ich kann es noch viel besser. Hier bin ich. Kunstskater. Jey, run him out. Haha. Na, an der Technik wirst du wohl noch ein bisschen feilen müssen, oder? Hm, wo bleibt denn Malte? Der ist doch sonst auch nie so spät dran. Oder bleibt das ein Mysterium? Tim! Tim, 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 Tim. Ich brauch unbedingt deine Hilfe. Mensch, Malte, was ist denn Nutschuh wieder los? Tim, Tim, es ist schrecklich. Ich hab nur meine Deutschaufgaben vergessen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Sag einfach Bescheid. Nein, das geht nicht. Wenn ich hier heute vergesse, also wenn ich das sage, dann krieg ich noch einen Eintrag ins Klassenbuch. Und das kann ich mir zur Zeit nicht leisten. Weißt du, auch wegen dieser blöden Sechster und so. Bitte, Tim, du musst mir helfen. Na gut, kein Problem. Los, dann schnell ins Klassenzimmer gehen. Hier, Malte, meine Deutschaufgaben. Aber nur dieses eine Mal. Oh, danke, Tim, du bist echt meine Rettung. Aber, hä? Warte mal, was ist denn das da? Hä? Was meinst du? Oh, ein Liebesbrief. Oh, mal sehen, was drin steht. Hey, Finger weg. Das ist für mich. Hä? Was willst du denn? Der lag doch definitiv auf meinem Platz. Überhaupt nicht. Der lag auf meinem. Naja, hilft ja alles nichts. Ich muss ihn lesen. Mhm, 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 mhm. Und, Tim, nun sag schon, für wen ist er? Ähm, keine Ahnung. Hier steht nicht für wen und auch nicht von wem. Oh, Mann. Wie sollen wir denn jetzt jemals rausfinden, für wen er ist? Oder von wem? Na, was wären wir denn für Detektive, wenn wir das nicht rausfinden würden? Und zwar in der Pause. Juhu, endlich Pause. Okay, Tim, los, direkt starten. Können wir gerne machen. Ich sehe da nur ein Problem. Aha, und das wäre? Naja, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Mädchen hier haben. Ach, erje, was machen wir nun? Wie gehen wir vor, Tim? Nur die Ruhe, Malte. Der Brief kann uns neben dem Inhalt auch noch ganz andere Sachen verraten. Riech doch zum Beispiel mal dran. Mh, mh, das riecht ja nach Schoko-Vanille-Keksen. Ganz genau. Darum müssen wir jetzt also nur ein Mädchen finden, was genau danach riecht. Ah, verstehe. Das heißt, wir schnüffeln uns jetzt zur Schreiberin. Genau. Los, du nimmst die Schaufel und ich übernehme das Karussell. Alles klar, Tim. Los geht's. Juhu. So, mal schnuppern. Hm, nein, nichts. Hoffentlich hat Malte mehr Glück. Okay, dann will ich mal ein bisschen schnuppern. Nein, nichts. Na gut, dann das nächste Mädchen. Nein, du auch nicht. Gut, weiter geht's. Hast du schon das Neueste gehört? Die Frau Müller, die hat sich nämlich... Hä, ist da wer? Los, sag schon. Was ist mit der Frau Müller? Erzähl mir, was war da? Die Frau Müller, die hat sich nämlich... Jetzt hab ich's auch gespürt. Hm, was war das? Nichts, Tim. Nichts. Kein einziges Mädchen rochner Schoko-Vanille-Keksen. Oder hattest du mehr Glück? Nein, leider auch nicht. Aber ich habe noch eine Idee. Aha, ich bin ganz ohr. Was schlägst du vor? Na, wir haben dann noch den Brief an sich. Da könnten wir die Handschrift vergleichen. Hm, keine schlechte Idee. Aber womit willst du sie denn vergleichen? Haha, lass das mal nur meine Sorge sein. Hey Mädels, habt ihr mal eine Minute für mich? Ja. Was ist denn, Tim? Ich sammle gerade Unterschriften, damit wir die Pausenzeiten verlängern können, um noch mehr Spaß zu haben. Wie sieht's aus? Macht ihr mit? Ja, na klar. Gute Idee. Hey Mädels. Frau Knuspert hat mich geschickt. Sie möchte, dass ihr aufschreibt, wo ihr den nächsten Wannertag verbringen wollt. Also, schreibt mal eure Wunschziele drauf. Hey Mädels. Wenn ihr hier unterschreibt, dann kriegt ihr lebenslang Nagellack. Ja. Ja klar. Warum nicht? Cool, da mach ich mit. Ja, lass mich auch unterschreiben. Aha, hier ist ein geschwungenes L, okay. Und hier, dieser I-Punkt sieht auch sehr merkwürdig aus. Da bin ich wieder. Und, hast du was bekommen? Klar, hier. Das ist genug. Oh Mann, da sitzt ja die ganze Pause dran. Tja, dann würde ich mich an deiner Stelle mal ranhalten. Haha, hopp, hopp. Na gut, was soll's. Ich will ja auch wissen, von wem der ist. Hm. Nein, der nicht. Auch nicht. Nein. Was denn? Willst du mir sagen, keine Handschrift stippt überein? Nein, wirklich nicht. Keine Übereinstimmung. Was machen wir nun? Aufgeben? Niemals. Wir sind doch die Pandidos City Detektive. Ich hab noch ne Idee. Wir könnten das mal mit dem Briefpapier versuchen. Schau mal, hier sind Herzchen drauf. So welches hat bestimmt nicht jeder. Hey, schreibt einer von euch zufällig auf Herzchen Briefpapier? Nee. M-m. Hey ihr, kennt jemand von euch zufällig jemanden, der mit diesem Briefpapier hier schreibt? Nein. Nein. M-m. Nein. M-m. Meine sehr verehrten Damen, würden Sie uns bitte einen Teil Ihrer Zeit opfern? Hm? Was ist denn, Leute? Wir wollten nur kurz fragen, ob jemand dieses Briefpapier hier kennt. Schreibt zufällig jemand darauf? Ich kenn das nicht. Von euch jemand? Nein. Aber ich kenn es. Echt? Wirklich? Juhu! Endlich ein Anhaltspunkt. Hast du den Brief zufällig auch geschrieben? Nein. Ich schreib doch sowas nicht. Aber meine Freundin Anni, die hat so ein Briefpapier. Die solltet ihr mal fragen. Aha. Anni also. Danke. Ähm. Hallo. Wer von euch ist denn Anni? Anni? Ja? Na nun, Anastasia. Ach, du bist Anni. Was? Von dir ist der Brief? Welchen Brief meint ihr denn? Na, von diesem Brief hier. Der liegt heute auf unserem Tisch und wir wissen nicht, von wem er ist. Bis jetzt. Ein Brief? Lass mal sehen. Ah. Das Briefpapier erkenne ich wieder. Das hat mir Fräulein Knospe nämlich geschenkt. Frag die doch mal. Vielleicht kann sie euch helfen. Fräulein Knospe also. Aha. Höchst spannend. Gut, wir sind der Sache auf der Spur. Los, lass die uns fragen. Hm. Ja, das Briefpapier, das habe ich fast jedem Mädchen gegeben, das gern Briefe schreibt. Nein! Jetzt haben wir wieder keine Spur. Oh Mann, das war ja die totale Pleite. Ja, das kannst du laut sagen, Malte. Geben wir jetzt unseren Beruf als Detektive auf? Ich weiß auch nicht. Ähm. Entschuldigung? Hä? Ja? Was ist denn? Ich habe hier heute Morgen einen Brief abgelegt und hatte gehofft, eigentlich eine Antwort zu bekommen. Hm, was meinst du, Malte? Ist es sie? Sag mal, ist dieser Brief hier von dir? Oh mein Gott, warum habt ihr den denn? Der war doch gar nicht für euch, sondern für die Person, die hier sitzt. Aber, aber wir sitzen doch hier. Und zwar auch schon seit der zweiten Klasse. Oh nein, der Brief war doch für Andreas. Na okay. Dann schreibe ich ihm eben einen neuen. Ah, schade, der Brief war also nicht mal für uns. Na gut, immerhin hat sich der Fall jetzt doch noch geklärt. Puh. Tja, er hat sich wohl eher von alleine geklärt, oder? Ja, mag sein. Aber wir haben dennoch gute Ermittlungsarbeit geleistet. Haha, Schlag ein. Haha, die Katzen der Nachbarschaft sind wieder sicher. Wenn ihr mehr spannende Abenteuer von Pandido TV sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal links oben auf dem runden Panda-Logo. Und zum direkt weiterschauen, klickt auf eines der beiden Videos rechts im Bild. Na dann macht's gut, Leute.